Wie weit ist es noch? Lion! Ich suche nach etwas... ...etwas Ungewöhnlichem. Etwas Wundervolles. Etwas Magisches. Ein segnendes Krokodil. Keine Angst, ich komme zurück. Wenn jemand fragt, sag ihnen, du bist ausgestopft. Willkommen in Ihrem neuen Zuhause. Das ist mein Krokodil. Liar. Komm schon, Josh, es war Zeit. Er ist nicht gefährlich. Er ist ein Krokodil. Er ist nur einsam wie ich. Hey, bist du schon wach? Er kann nicht reden, aber er kann singen. Er ist ein Krokodil im Haus. Oh mein... ...lein. Ich habe mich auch zerbissen. Das darf doch nicht wahr sein. Bei uns lebt ein Krokodil auf dem Dachboden. Das war unglaublich. Die Stadt muss was unternehmen. Seit ich ihn kenne, hat sich alles für mich geändert. Nicht nur für mich, für euch auch. Was? Versteck ihn! Wir müssen den Leuten zeigen, dass sie sich nicht fürchten müssen. Hier fährt ein Krokodil auf dem Motorrad. Hier fährt ein Krokodil. Nein! Dauw! 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 Vielen Dank.